So Leute, immer noch am Potsdamer Platz hier am Start, es wird Zeit für eine Neuheit dieses Jahr und zwar für die Gold-Glane-Raketen von Komet. Ein sechster Set für einen 10er aus dem Edeka. Ja, jetzt haben wir schon. Jetzt waren wir erstmal alle schon auf in die aufgeschlossene Batterie und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, alle jetzt hier am Start, die heißen alle Gold-Glane, also haben sie wahrscheinlich auch alle den selben Effekt. Ich würde sagen, wir legen hier direkt los mit der ersten. Ab geht's. Schauen wir mal, ob Komet irgendwas kann oder ob die auch scheiße sind. Hauptsache Komet ist gar nicht mal so schlecht bei den Raketen. Zweimal auf einmal. Die sind echt gar nicht mal so schlecht. Machen wir hier direkt noch eine. Hauen das ganze Set weg. Die sind gut, ne? Also die Raketen kann Komet. Und jetzt hier einfach nochmal das Zeug aufs Schlag. Also die kann man sich eigentlich mal mitnehmen für den Szener. Ja, also die sind auf jeden Fall gar nicht so schlecht, die Komet-Raketen. Umsohn weiter hat Komet immer was gut gemacht. Die Gold-Glane, weil Gold-Raketen von Komet zu Gold waren die jetzt nicht. Aber das ist ja was geil. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und tschau.